Ich fand in einer fremden Stadt, in einem Dom, mich wieder und setzte mich im Seitenschiff auf einer Holzbank nieder. Schräg vor mir saß ein Mann, der spielte dort mit Karten. Sie müssen damit, sprach ich, bis nach der Messe warten. Der Fremde hob den Kopf und sah mir ins Gesicht. Verzeihen Sie, mein Herr, aber ich spiele nicht. Kommt mit hinaus, sprach er, indem er sich entfernt. Ich zeige Ihnen, was man von meinen Karten lernt. Und draußen im Portal, dort, wo es niemand stört, hat mir der Fremde dann sein Kartenspiel erklärt. Mit jedem Ass, sprach er, soll ich erinnert werden, es gibt nur einen Schöpfer des Himmels und der Erde. Die zwei sagten mir, zwei Menschen gab es im Paradies. Adam und seine Frau, die welche Eva ist. Ziehe ich die Karte 3, so heißt das für den Frommen. Drei heilige Könige sind nach Bethlehem gekommen. Vier Evangelisten zu des Herrn Preis und Ruhm haben zu uns gebracht das Evangelium. Fünf Kieselsteine suchte sich David aus im Bach, dann legte mit der Schleuder den Goliath erflach. In sechs Tagen schwerer Arbeit erschuf sich unser Herr, die Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde und das Meer. Am siebten Tage ruhte der liebe Gott sich aus auf einer kleinen Bank vor seinem großen Haus. Acht Menschen, ganz genau, acht nur, und zwar die Frommen sind bei der großen Sintflut damals nicht umgekommen. Noah und die drei Söhne, das sind zusammen vier und jede ihrer Frauen. Danach schloss sich die Tür. Neun Aussätzige in Israel, bis auf den Tod erkrankt, haben für ihre Heilung dem Herrn nicht mal gedankt. Zehn Gebote Moses den Auserwählten gab, als er vom Berge Sinai zum Volke stieg hinab. Ich habe hier vier Buben, ich habe hier vier Damen, ich habe hier vier Könige, das sind zwölf zusammen. Zwölf Stunden hat der Tag, zwölf Stunden jede Nacht, zwölf Monate das Jahr, so wird die Zeit gemacht. Herz, Karo, Pick und Treff, vier Farben in der Hand, vier Jahreszeiten, Fern, Wald, Wiese, Feld und Land. Zweiundfünfzig Karten habe ich im ganzen Spiel, nun zähle im Jahr die Wochen, das sind genauso viel. Und zählen wir die Punkte, so sind es ohne Frage dreihundertfünfundsechzig, so viel ein Jahr hat Tage. Moment, sagte ich, nachdem ich Papier und Blei genommen, ich kann nur auf dreihundertundvierundsechzig kommen. Hahaha, meinte da der Fremde mit einem stillen Lacken, sie dürfen nie die Rechnung ohne den Joker machen. Five- Already ... ... ... ...